ist jetzt ein lehrling toll ich kann mir ne glocke holen warum soll ich ne glocke holen leider aber das ist nicht gut doch mal lieber was du hier drin hast du hast hier nichts drin yes yes was ist denn das für ne map mann geistiger am wenigstens du hast gerade was genut gibt es gar nichts jetzt auch noch andere leute hier außer einen geistig verwirrten und einen schmied da sehe ich schon wieder was ja ja Oh man, noch mal runter gehen, oder? mhm 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 haha hop wir sind draußen und das dauert jetzt bis es abgelaufen ist also die mauer ist ja also die neue feld und die mauer ist ja mal richtig krass mhm das war sie hier daran und da oben fängt quasi neue welt an das kannst du wirklich ausdenken ja das haben wir schon gesehen das ist einfach nur dieser eine aber es ist nicht ego wollen wir noch zu einem anderen Punkt mal hier rauf gehen nur für den Fall vor allem hier dieser dieser kann man auch eigentlich als Basis dazu nehmen WTF man das ist ein Lava das ist ein Vulkan alter da geht's ok da geht's wirklich jetzt extrem hoch aha das ist toll das ist einfach nur so also ja wir werden schon ne menge Zeit dafür brauchen wir werden bestimmt nicht alles erreichen was ich mir verdammt nochmal vorgesetzt habe aber scheiße diese Mauer ist einfach so krass da bin ich kurz abgef... kurz abgestürzt Mann hm nun haben wir nicht kurz abgestürzt Kaja, wir haben es gleich, wir sind vielleicht auch oben, ne? Man, man muss immer irgendetwas Schlimmes passieren, den Zahn zu nehmen, also seit zweitem Kampf. Ah, wie nett! Ah, was kann man wegmachen, was kann man wegmachen? Oh Mann! Wir sind noch nicht so ganz hoch! Aber hier ist auch schon wieder eine Höhle. Das ist innen drin. Und da unten war er mal gerade. Alter, schau dir mal an! Oh Mann! Was willst du denn? Mir fällt keine Sache ein und da ist schon wieder ein Dorf. Es ist sehr viel ein Dorf. Aber es scheint ein größeres Dorf zu sein. Hammer da was! Oh je, das wird ein bisschen schwer da hinzukommen. Ich muss mir keine Gedanken über Lena machen. Hier sind überall Kühe. Oh Mann! Du Scheiße! Das kannst du dir überhaupt nicht ausdenken! So, jetzt sind hier. Wieder Smaragde. Wieder ein bisschen Brot. Einen Sattel. Ich kann doch. Dann ist es doch mit ein Stab. Beide. Wir haben auch eh keinen Bogen. Wir überlegen die dann. Und dann ist es so. Ja, aber. Dann fern ich erstmal hier. Dann fern irgendwo. Immer in jedem anderen Fremdenhaus. Das ist kein Problem. Dann fern ich erstmal hier. Immer in jedem anderen Fremdenhaus. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Oh Gott. Oh Gott. Knochen raus. Und eine leere Karte. Oh je. Ich hab sogar ein Bett. Ich hab Bett. Warum habe ich Bett? Ich hab das Bett. Das ist ein Eisenlaub. Hier und das Loch auch. Ich hab da ne leere Karte. Ich mein auch mal. Schauen wir uns die doch mal an. Wow. Das ist echt. Verdammt cool. Dahin geführt sich auch noch. Der restliche Ecke. Nettes Feature. Schon ein bisschen verwuchert der Scheiß. Ah. Ein besseres Schwert. Und da haben wir noch Eisen. 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 Mein Gott. Können wir sowieso reparieren. Wollte man eigentlich nicht. Super. Vollkommen. Egal. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Platz. Aber das Brot nimmt man trotzdem mit. Aber das Brot nimmt man trotzdem mit. Bisschen. Kennen. Schatzung. Sechs. Sonst. Ein warmes Chèmour. Mein Gott. Nee. Das ist schon ein bisschen enttäuschender. Ausrüstung aufwärts ist immer noch auch gerne. Jetzt brauchen wir einen Scheiß. Aber wir haben bislang noch nicht das... Ach komm, wie kommt ihr das? Das geht mir gar nicht. Das ist ein Gerber. Das war der erste, den wir da sehen. Beide da vorne. Aber mehr ist es aber auch nicht. Gibt es da vielleicht da vorne? Ich würde mich mal jetzt wirklich brennend interessieren. Okay, okay, wie scheint das so ausgegangen? Ja, ich muss mich jetzt mal auch darum kümmern. Einmal bessere... Ja, irgendwo hier. Ja, hier. Das heißt, wir gehen jetzt von hier aus wieder runter. Oh, sehr, sehr, sehr schwer den RELG zu hinten. Das sieht einfach auch mal so mega aus. Und da hinten... Irgendwo da hinten ist dann... Nett! Ii... Udo... Ido... Keine Ahnung. Nett. es ist schwer hier in sich einigermaßen bescheidene basis aufzubauen ohne gleich davon gleich erschlagen zu werden kann man ja hier im dorf da bleibe ist ja nicht so schlimm hier wie man es so sieht ist ja gar kein schlechtes schlechte sache wenn man jetzt mal nicht so bleibe wenn hier ist einfach nur der hier dieser kollege kann ich dich für was ich bin in schmied und das hier macht ihn weg ich gehe mit dem abschrauben komm aus was ah da ist ein schmelz auf jetzt hast du kein wort mehr oder was dann nehme ich halt beides mit und schmeißt die leere karte weg weg weg